Jetzt kommt der heilige Da kommt Crazy Lady, oder? Alter Crazy Lady Da kommt Crazy Lady, Odi Du musst vorlesen an der Ich geh zu verlaufen dafür, dass sie Seid einfach still! Eigentlich müsstet ihr euch auf den Knien danken Mich zu kritisieren ist eine bodenlose Unverschämtheit Mit eurer geschmackslosen Präsenz Entweit ihr meinen Tempel der Mode Yo Bitch, ich hab ne Bombe Und was bitte ist das? Diese jeglichen ästhetischen Empfinden Feindlich gesinnten als es was? Weg damit! Bitte nicht So schon besser Lady Noch nie etwas selbst erschaffen Aber kritisieren was das Zeug hält Nun gut, ich werde euch eine Privatlektion erteilen Hoho Ich bin mir nicht sicher, ob ich dafür bereit bin Eine Lektion in Eleganz Hohoho, Crazy Lady Crazy Lady, was passiert hier? Ich werde euch Ich werde euch... Ah Nice Ja Das war die Herzen Jawohl, ja Wir sollten alle Krüge öffnen Das hab ich auch das Gefühl Perfekt Ja Wir müssen sogar alle Krüge scheinbar öffnen Weil sonst passiert hier nichts Das ist ein bisschen dumm Ah Crazy Lady Was machen die da jetzt? Alter Crazy Lady So heißt die sogar Guckt euch das mal Das ist ein bisschen Ja, wir haben ja kein Item Ja, können wir ja reingehen? Achso, wir müssen den mal rüberwerfen Zack Ich will nicht sein Ich will nicht oben sein Ich beobachte alles von hier Okay, sure Ich nehme das Herz Nice Yo, Crazy Lady So ist eine ganz schön lady crazy Bam, Junge, da gibt es den Popo-Pika Alter, wie die hier rumstöhnt Okay, sure Guck mal Guck mal Das Tänzchen-Wagen Holdemeins Stoßt sie dich runter mit dem Regenschirm Oh, die kommt jetzt runter Oh Gott, Crazy Lady wird crazy Ah, Hilfe Sie ist Crazy Lady Ja, warum ist sie so riesig? Weil die crazy ist, Alter Siehst du doch Guck mal, was sie macht, Alter Die Stochert hier mit dem Regenschirm durchgegangen Sie ist tot Ich glaub nicht, dass sie schon tot ist Nö, ich auch nicht Ich denke, die wird jetzt noch crazier Die ist jetzt crazier, Lady Die wird jetzt fett Fette Lady Ne, die wird crazy Sailor Moon Sailor Moon Lady Also ist das crazy Sailor Moon Lady Ach ne, jetzt fliegt sie Da kannst du mich jetzt bitte nicht hinwerfen, Danke Mami Das muss man bestimmt zurückschießen Ja Ich bin ready Bam Oh, Roti Ah Oh, Blaui Viel Glück Das ist cool, ich mag das Das ist cool, ich mag das Ja, das mag ich auch Das ist super Volley boy Bam, Junge Weil du crazy bist, Lady Oh shit Jetzt sollten wir uns ein bisschen weiter auseinander stellen Damit wir mehr Zeit haben, um zu sehen, was passiert Was passiert hier? Was passiert hier? Weiter auseinander stellen, genau Jaaaa, manchmal ist die Idee nicht die Beste Muss halt auch mal ein bisschen Eier machen, Anna, manchmal Ja Ah, Crazy Lady Wo ist mit dem Balli? Alter Crazy Ball Wir sollten ein paar Herzen sammeln, bevor wir crazy abkratzen Natal- Aaaaah Natalja ist nicht mit dabei Leona 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 Ich hab Leona gewummelt Crazy Lady Aua Warum stehen wir nicht alle drei nebeneinander? Das ist ne gute Idee Und schlagen alle gleichzeitig Ich denke, wenn jemand das falsche triffst, sind wir getroffen Nice Ist das scheiße? Nice Nice Okay, sure Nice Bam Das ist einfach das Ball-Mini-Spiel in... Ehh Oh Gott, Alter, es ist ein riesiger Oschi Nein Man hat den riesigen Oschi abbekommen Hahahaha Es ist Crazy Lady Halt's Maul Hahahaha Hahahaha Alter, die heißt sogar Crazy Lady Helfen wir- Helfen wir rüber Helfen wir rüber Sorry rüber Speed und spitz Steu, Alter, jetzt den Popo picken Prozent Prozent mit dem Urlaub das ist nicht gut ab und der Schuhe wo man schon mal in der ersten Phase halb drauf gehen die wollte ich nicht leona bitte helfen sie mir bitte schmeißen sie mich oder auch nicht oh gott alter pass doch auf mann da sind schirme jetzt ist crazy lady am crazy sein das ist crazy lady alter fickt mich doch mal ich will nicht hier stehen der boden geht doch weg ich will nicht hier stehen doch gott gar nicht mal so viele leben roti braunie blauie roti gelbi oh alter crazy lady ey was ist da loooos digga au au die alde rastet ja völlig aus alter ist die voliwimeisterin oh jetzt alter rape die digga das überleben wir doch nicht noch mal wieso bin ich bin ich immer als erstes ja du freige freige nö Nein, 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 nein. Alter, die haben wir, ey. Crazy Nudel. Jetzt gibt's auch viel... Ey, die stöhnt so rum, Alter. Wir sind schon auf der dritte Phase. Na, jetzt wird Redge die erstmal richtig, Alter. Die wird jetzt zu crazy... Sailor Moon... Tschüss, Alter. Die geht erstmal kacken. Alter, what the fuck. Jetzt ist sie... Jetzt ist sie komplett crazy, Alter. What the fuck, Alter. Jetzt ist sie die craziest Lady. Das ist die Pseudo-Fee. Alle. Jo, das ist meine... Leona hat einfach keine Blood Foam. Keine Blood Foam. Mami. Ich hab Angst. Aua. Lieblings Blood Foam. Nice. Ja, Rip, hä? Was hätte ich machen sollen? Achso, ich muss... Nimm an, nimm an. Hier. Ja. Triff sie. Schlag sie. Äh, äh, äh. Die hat nur Herz gedruckt. Oh. Es ist nicht mehr da. Ja, Rip. Hä? What the fuck? Hilfe, Regenschirmel. Hilfe, Regenschirmel. Was ist denn los mit der Frau? Sieh mal, Regenschirmel. Hey, ich merk schon. Modisches Access Moor. Ich muss nicht hochheben. Nee. Mach... Mach so, oder? Mach... Ah, shit. Muss mich vielleicht auch... Können alle auf den Weißen? Alle können auf den Weißen. Weißen. Hm. Hm. Okay, jetzt wissen wir ja, wie alles funktioniert. Ich hab keinen Lust, den Himmels Tempel nochmal von vorne zu machen. Von vorne? Na, von vorne müssen wir den nicht machen. Ja, außer wie schnell wird's? Ja, machen wir den nicht von vorne. Ach so. Willst du das? Ich dachte, jetzt sind alles. Alles klar. Ja... Ja, er ist angenehmer als die Pisse davor. Ja, noch. Ja, du musst schon hinter die laufen, Alter. Ich mach doch nicht ohne Grund. Ja, halt doch jetzt mal die Fresse. Mach doch nicht ohne Grund. Yo. Wenn das so weiter geht, machen wir gleich den Neffelstempel nochmal. Du Brudi. Ich heul gleich. Ihr könnt übrigens die Regenschirmel auch in dem Schwert zerschlagen. Und die droppen Herzen, die Regenschirme. Alter, Anna. Du musst nicht wegschwinden von mir. Crazy Gepopopiekel. Schnau weg hier. Okay, jetzt ist sie böse. Hilfe! Das du, du altes Spam. Oh, oh, oh. Ich will nicht hier stehen. Ich will nicht hier stehen. Ja, zum schlimmsten. Hm, hallo. Hallo, crazy lady. Okay. Bumm, Junge. Bumm, Junge. Bumm, Junge. Du dreckige Nudel. Nudel. Du Muddel, du. Bumm, Junge. Oh Gott. Fuck, Alter. Ich stand ein bisschen zu dicht, ey. Mimimi. Schnau, Alter. Crazy Lady von... Bamsen, Junge. Wow. Bro, das Loch ist seit Ewigkeiten da. Ja. Ja und? Ich weiß. Du kannst da nicht einfach reinfallen. Hmm. Um, hm. Bohti? Oh, ich hatte Angst,i. Sam? Mhm. Alter. Crazy, Alter ey. Ja, super. Alter. Jetzt wird die crazy. Jetzt wird die so Pseidophilie. Ja, jetzt wird die so Pseidophilie. Pseidophilie. Mann, Pseidophilie! Vorher geht's auf Toilette. Das ist ja schön. Oh. Nice. Wollen wir das mal herziehen? Wissen Sie eigentlich auch nicht. Wollen wir das rum strukturieren? Anna? Ja. Du musst uns da hochwerfen. Nice. Ja, RIP. Hm. Das ist jetzt ja ungünstig. Jetzt. Nein. Ähm. Crazy Lady denkt sich so, alles klar, Budi. Mach dir mal. Kannst du sie nicht einfach auf den weißen werfen und dann stehen wir doppelt? Geht das nicht? Gibt's nicht. Ja, RIP. Mach mal durch den Schirm gleich. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Die kleineren sind die, die drei oben sind. Bitte? Die kleineren sind die, die drei oben? Ach so. Ja. Nice. Gar nicht mal so leicht. Oh doch, das geht. Digga, will die alte mich langsam rapen, Mann? Ich krieg der gleich auf ihr komisches, komische Torto oder was das ist. Dann hau ich der auf Fresse. Das geht nicht. Oh doch, das geht. Natürlich geht das. Ja, du hast mich jetzt gebraucht. Na, ich wollte, dass Anna, äh, Leona dich nimmt und dann... Das wurde nisch. So ein anderer Mann. Alter, die macht ihre Regenschirme auf und zu, Junge. Äh, wirf uns hoch, äh, nimm uns hoch. Was ist denn los mit der dicken Nudel, ey? Schwein. Mach doch irgendeinen Regenschirm auf, Tante. Oh Gott, was geht denn jetzt ab? Ich hab Angst. Alter, Hilfe. Crazy Lady macht... Crazy Regenschirm Action. Was ist denn los mit der Dame? Oh Gott. Alter, wie willst du aus der Range so schnell rauskommen, Alter? Das geht doch nicht. Wir müssen Eier machen. Oh shit. Yo. Alter, will die mich verarschen? Ruhig bleiben. Die hat nicht mehr viel. Anna? Anna, du kannst die nicht hochnehmen. Ja. Ich versuch's ja. Fuck. Brenn, Alter. Ich bin grad so konzentriert, ich scheiß mir richtig... Jaaaa! Jaaaa! Oh, das ist so leicht, so einen Turm zu bilden. Okay, jetzt. Fick die! Oh, wie viel Hits braucht die denn, Alter? Wie kann man denn so ne Schlampe sein? Ach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jaaaa! You spin my head right, baby right round. You spin my head right, baby right round. Ich puff's auf deinem Kopf. Pups immer ans Gesicht jetzt. Schlag! Ist die jetzt mal tot oder so? Ach, will die mich verarschen? Alter, will die mich ficken? Wie viel Leben hatten die, Alter? Ey. Alter, 10 Milliarden, 1000 Leben, Junge. Die ist... Die ist ja schlimmer als jeder Ganondorf in jedem Zelda-Spiel, Alter. Die ist mehr Antagonist als alle Antagon... Ah! Oh Gott. Wir können gleich... Wir können gleich die Scheiße nochmal machen. Ich will nicht! Auf die Schirme! Wir können uns, glaub ich, da drauf zu dritt stellen. Was macht die? Ich hatte noch nie so viel Angst in meinem Leben. So... So... Er sollte sich auf das Weiße stellen können. Ach, ich bin farbenblind. Weiß! Farbenblind! Schlag! 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 Ja! Jetzt ist er aber tot, oder? Die macht jetzt nicht... Und jetzt transformiert sie sich. Im Moment... Ihr könnt euch ja über Wolksocken unterhalten. Ich habe es satt, mich von euch unterzumachen zu lassen. Ja, Pech! Wirf mich! Wirf mich! Oh, der dicke Pufi! Das war knapp... Mit einem kleinen Herz. Das war richtig knapp, alter. Holy fucking mole, ey! Alter, jetzt gibt es den geilen... Hast du noch ein Bild gemacht? Ach, der geile Drachenschwanz! Alter, der Daddy-Schirm! Alter, der Daddy-Schirm! Der Lady-Schirm! Der Daddy-Schirm! Hier kommt, Crazy Lady-Oni! Ha! Genere, ich kann gleich den Streamer machen. Die Story geht bestimmt gleich weiter. ich habe ein foto gemacht das ist ja schön was passiert hier jetzt ja nichts es gibt noch andere also nach den worten wolken hoch da passiert was richtig wollten lassen wir zu dem monster hingehen da waren wir noch gar nicht ich will mir das mal angucken items diverse ich sehe schon wir sind hier politisch korrekt und so oder just the gender from the bomb okay sure ja 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 ja